dann hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten video auf nix kanal mit jan genau das versucht allein aufzunehmen hat nicht so viel spaß gemacht deswegen jetzt mit jan also er ist so spontan genau mit dem typ da doch nick ist im urlaub deswegen kann es mehr aufnehmen ja nick ist im urlaub genau ja achtung unser bett ist weg uff alter geschwitzt aber auch wieder rein unnötig kannst du bitte mal sterben dankeschön wird jetzt auch ein bisschen geschwitzt du warst grad bei mir ein roboter aber okay versteht man dich wieder ich hab grad stand weg alter bist du tot? nö aber ich hab mein herz und kein essen mehr hast du essen? ich bin tot gut hätte sich das auch geklärt dann geh ich doch noch mal at home wenn der typ jetzt nicht direkt kommt finde ich sehr nett und jetzt wirklich zu weit ich hätte mir auch einfach einen bogen machen können sehe ich gerade ja trip 9 hier zur zweiten runde gehen wir noch mit jan seltsamerweise weiß gar nicht wie das kommt nachdem der es nicht so gut hielt du darfst übrigens auch reden will ich aber nicht ah ja ihr müsst wissen wenn wir nicht auf wenn ich nicht aufnehm also wann nehme ich schon mal auf ist die frage aber wo ich grad nicht aufgenommen hab wo wir ein paar runden gespielt haben hat er geredet wie sonst was und auf einmal einfach tot die roten abgehoben ja genau die roten wollen direkt bieft wenn ich den krieg bieft na gerne der typ hat einfach nen schwert und ne andere range und er realisiert mich nicht mal du hast keine zwei eisenblöcke gemacht uff ja wenn ich nur einen hab ja wenn ich mir nur einen leisten kann halt arm ich hab bei rayroth wenn er jetzt nicht hat sprachen lernen babbel hätte er nicht geparkt hätte ich das bett gehabt aber scheißegal wir spielen hier auf einem guten server jan bitte ok danke perra beim manche nach dem video was was er über uns ist einer und das bämpnen blauer was soll ich dazu sagen er ist runtergelaufen wie ein autist ich bin afga hallo wie kann der mich ihr moin also der der rote hat mich erst über eine distanz geredet die ziemlich unledged aussah und dann ist er einfach aus dem web raus gelaufen bzw hat sich so halb raus tp't lol alter der blaue hat auch richtigen kranken autismus oder und ich bin nicht einer der beehren und ein gutes elb sprachen lernen ich bin runtergelaufen ok ich bin scheiße ich sehe ich habe alles gelogen was ich gesagt habe hey wieso hat der typ jetzt f alter ich wollte den klatschen einfach so ich will jetzt großblätter fuck er wird mich nie runter gehen hätte ich meine fresse mal gehalten ey junge bist du eigentlich so inkompetent oder einfach nur ein dummes stück scheiße junge wie hat er das überlebt der rote ist spaßt und läuft einfach runter nachdem er es rein schwitzt läuft einfach runter das ist so hurensohn weiß wir sind ja auf youtube aber ihr hört das nicht leute ich habe das nie gehört der andere rote steht bei blauen der base und spand alter will der mich verarschen der spand im nackern ich bin nice danke ok dann haben wir die runde auch gewonnen ja also wenn wir die runde jetzt noch verlieren dann bist du einfach nur scheiße den musst du nicht ernst nehmen oder wie was ich muss dich nicht ernst nehmen ich lache jetzt so wenn er dich einfach mit killaura wegkühlt ok so viel dazu ich lebe noch ich meine killaura weil vor allem ding wer hat was ist das nochmal für ein typ welcher youtuber ist das ähm er hat vorgelassen es war dener dener der hat heutzutage noch nen dener skin wann würde ich das meinen war es das mit dem video man hört sich und sieht sich vielleicht im stream weiß ich mal wie damit nick streame doch irgendwann schon wenn er wieder da ist und damit würde ich sagen tschau so dann darf ich das jetzt einmal nick schicken der wird sich freuen